Enttäuschung im indischen Weltraumzentrum in Sri Harikota, nördlich der südindischen Millionenstadt Chennai. Kurz vor dem Start wurde der Countdown für den geplanten Abschuss einer Rakete zum Mond abgebrochen. Es habe technische Probleme gegeben, gab ein Sprecher der indischen Weltraumagentur bekannt. Am Trägerraketensystem wurde eine technische Fehlfunktion festgestellt. Deshalb haben wir als Vorsichtsmaßnahme den Countdown 56 Minuten vor dem Start abgebrochen. Ein neuer Termin für einen Start wird später bekannt gegeben. Indien will das vierte Land werden, dem eine Mondlandung gelingt, nach den USA, Russland und China. Bei der geplanten Mission soll ein Forschungsfahrzeug auf der Oberfläche des Mondes unter anderem nach Spuren von Wasser suchen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017